Nervöse Blase im Alter? Frage, ich bin 72 Jahre alt und leide seit einiger Zeit an einer nervösen Blase. Ist das eine Alterserscheinung? Antwort, man schätzt, dass ca. 850.000 Österreicher SchrägstrichInnen von Beschwerden einer überaktiven Blase betroffen sind, davon sind 540.000 der betroffenen Frauen. Mit zunehmendem Alter ist die Häufigkeit stark ansteigend und es sind dann beide Geschlechter fast gleich häufig betroffen. Keinesfalls ist die überaktive Blase aber eine Alterserscheinung, nur die ursächlichen Faktoren sind im zunehmenden Alter häufiger, wie z.B. Demenz, Diabetes mellitus oder neurologische Erkrankungen.